Hallo und herzlich Willkommen. Die Wörter in diesem Video sind zu dem Thema München Und los geht's! Der Hauptbahnhof Das Karlstor am Karlsplatz oder Stachos Der Dom zu unserer lieben Frau oder die Frauenkirche Der Marienplatz Das alte Rathaus Julia Das neue Rathaus Das neue Rathaus Das Münchner Kindel Das Glockenspiel Die Mariensäule Der Fischbrunnen Der Fischbrunnen St. Peter oder Der Alte Peter Der Viktualienmarkt St. Johann Nepomukirche Das Sendlinger Tor Das Hofbräuhaus Das Münchner Stadtmuseum Das Münchner Stadtmuseum Das Jüdische Museum Das Jüdische Museum Der Fischbrunnen Und die Isar Der Fischbrunnen Der Fischbrunnen Das Isar Tor Der Fischbrunnen Der Fischbrunnen Der Fischbrunnen Das Oberfest Die Bavaria Der Augustinerkeller Die Maximilianstraße und der Landtag Der Max-Joseph-Platz und das Nationaltheater Das Residenzmuseum und die Schatzkammer Die Feldherrnhalle Die Theatina-Kirche Der Odeonsplatz Heute das Stadtgründungsfest Die Residenz Sich etwas wünschen Also wenn der Wunsch nicht in Erfüllung geht, dann weiß ich auch nicht So lange wieder Der Hofgarten und der griechische Tempel Die Staatskanzlei Der Sitz des Ministerpräsidenten Der Englische Garten Der Chinesische Turm Der Stadtbach Der Eisbach Die Surferwelle Die Max-Vorstadt Die Ludwig-Maximilian-Universität Der Geschwister-Scheu-Platz Die Flugblätter Die Weiße Rose Die Ludwigskirche Die Ludwigskirche Und Der Walking Man Das Siegestor Die Technische Universität Die Technische Universität Die Alte Pinakothek Die Neue Pinakothek Die Staatliche Antikensammlung Das Lehnbachhaus Der Alte Botanische Garten Der Neppton-Brunnen Der Königsplatz Der Löwenbräukeller Der Biergarten Das Schloss Nymphenburg Das Schloss Nymphenburg Der Olympiaturm Der Olympia-Turm Der Olympiapark Das Olympiastadion Das Olympische Dorf Die BMW-Welt Und Das BMW-Museum Und Die Bayerischen Motorenwerke Oder BMW Die Allianz Arena Der FC Bayern Und Die FC Bayern-Erlebniswelt Und Die Arena-Touren Die Masbier Und Der Bierkrug Die Weißwurst Die Brezel Der Apfelstrudel Der Apfelstrudel Das Peitschenknallen Das Löffelschlagen Das Löffelschlagen Die Das war's Vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Video 예요 Vielen Dank.